Hallo meine Lieben, ich heiße Amina Züller und gemeinsam mit euch möchte ich eine kleine Achtsamkeinsübung machen. Und es gibt eine kleine Überraschung. Ich verlose zwei Sets von einem meiner Lieblings-Teesorten, nämlich von Puckertee. Wie ihr das Ganze gewinnen könnt, zeige ich euch natürlich erst nach unserer kleinen Übung. So, setz dich aufrecht hin, zieh deine Schultern nach hinten und nach unten und schließ zunächst einmal deine Augen. Und nimm deine Atmung bewusst wahr, einfach nur wahrnehmen, ohne sie verändern zu wollen. Spür, ob du mehr den Bauch atmest oder vielleicht mehr im Lustkorb. Und dann öffne langsam deine Augen und steck deine Arme nach oben zur Decke aus. Und während du deine Arme streckst, versuch mal dabei zu spüren, wo spürst du, wo fühlst du langsam eine Dehnung in deinem Körper. Vielleicht auch in den Armen und dann ziehst du die Fingerspitzen lang nach oben. Atmest dabei tief ein und dann lass deine Arme ganz weich sinken und spür, wie die Muskulatur sich langsam dabei entspannt. Wieder tief einatmen, baue die Spannung auf, atme tief ein, spür, wie die Muskeln sich anspannen, wie sich dein Bindegewebe aufspannt. Und lass die Arme ganz weich nach unten sinken. Achte vor allem jetzt auch darauf, dass deine Schultern ganz weich und entspannt werden. Und dann beginne deine Schultern zu kreisen. Erstmal klein. Und nimm wahr, was sich zwischen deinen Schulterblättern tut, während du hier ganz kleine Kreise zeichnest. Und jetzt werden deine Kreise immer größer. Und dann spürst du, wie die Muskulatur hinten zwischen den Schulterblättern immer mehr und mehr aktiv wird. Setz deine Fingerspitzen auf deine Schulter drauf und zeichnest du in große Kreise. Und nimm jetzt langsam deine Brustschwebelsäule, mit so, als ob eine Welle durch deinen Körper fließen würde. Senke deine Arme nach unten ab. Und atme ein, schläg den linken Arm nach oben zur Decke aus. Und spür, wie die Rippen hier wirklich auseinanderziehen. Und mit dem Ausatmen neige dich nun nach rechts. Und dann merkst du, wie die Dehnung intensiver wird, während du immer mehr und mehr die Seiteneigung gehst. Und jetzt heb mal den linken Po etwas an und schieb ihn wieder aktiv bei der Unterlage. Und dann merkst du, wie der Zug sich hier verändert. Wieder hoch und wieder tief. Und dann roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Nimm den rechten Arm nach oben, atme tief ein. Spür hier, wie die Flanke sich schon mal hier aufdehnt und wie die Rippen auseinanderziehen. Und dann geh langsam in die Seiteneigung. Du kannst gerne hier ein bisschen spielen, indem du den Arm ein bisschen weiter wegziehst oder näher ran. Und dann heb jetzt den rechten Po etwas ab. Und schieb den Sitzknochen wieder aktiv in die Matte. Wieder hoch. Und wieder nach unten. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und dann steck deine Arme nach vorne aus. Flex deine Hände und runde den Rücken dabei. Und dann zieh die Arme zurück. Heb deinen Brustkorb nach oben. Die Schulterblätter näher zueinander. Mit dem Ausatmen wieder nach vorne. Ganz langsam. Je langsamer wir die Übungen machen, desto mehr spüren wir auch, was in unserem Körper passiert. Ausatmen. Und einatmen. Zurückziehen. Und dann zieh mal die Schulter nach oben. Und spür den Raum. Nimm den Raum zwischen deinen Schultern und zwischen deinen Ohren wahr. Und jetzt lass ganz bewusst die Schultern nach unten sinken. Und dann spürst du, wie frei sich dieser ganze Raum anfühlt. Wieder hoch. Und mal die Luft anhalten. Und ausatmen. Schultern weich sinken lassen. Und dann bewege den Kopf sanft nach rechts und nach links. Und schließe wieder deine Augen. Atme einmal tief durch. Und nimm wieder deine Atmung wahr. Einfach nur wahrnehmen. Atmest du nun etwas schneller. Oder vielleicht sogar ruhiger. Atmest du mehr im Bauchhau. Mehr im Brustkorb. Und dann öffne langsam deine Augen. So wie du siehst, das waren ganz einfache Übungen. Aber die Bedeutung dahinter ist einfach, dass du deinen Körper bewusst wahrnimmst. Und nicht nur beim Üben den Körper bewusst wahrnimmst, sondern auch in deinem Alltag. Wie du gehst, wie du stehst, wie du sitzt und wie du auch mit anderen kommunizierst. Und darum geht es auch bei der Achtsamkeit. Dass du einfach den hier ganz bewusst wahrnimmst. Und je bewusster du etwas wahrnimmst, desto besser wird es dir gehen. Und desto mehr kannst du dich auf das konzentrieren, was dir gut tut. Und auf der anderen Seite auch Dinge zur Seite schieben. Oder dich von gewissen Sachen, Dingen und vielleicht auch Menschen verabschieden, die dir nicht gut tun. So, ich hoffe, dir hat meine kleinen Achtsamkeitsübungen gefallen. Und jetzt kommen wir natürlich zum Gewinnspiel. Also, kommentiert einfach dieses Video, was ihr unter Achtsamkeit versteht. Was ihr in eurem Alltag macht, wo ihr das Gefühl habt, das ist achtsam. Und was ihr euch wünschen würdet, was ihr euch von anderen auch wünschen würdet. Dass die mehr Achtsamkeit an den Tag legen. Und vielleicht hast du auch sogar Achtsamkeitstipps. Und da bin ich natürlich ganz neugierig drauf, was du dazu tust. Und ja, und ich wünsche dir natürlich viel Glück. In circa eine Woche werden wir dann die Namen ziehen. Und dann bekommt ihr dieses tolle Set zugeschickt. Und zwar drei T-Sorten plus ein Travelton mit kleinen verschiedenen Sorten, die ihr auch mitnehmen könnt. Also, ich bin ein großer Fan von Pukati und ich wünsche euch natürlich viel Glück. Bis dann!